ich bin gerade einfach durch die durch die höhle von lavendertown gekommen man ist das dunkel es ist ein komplett eingeschlossen es gibt keine möglichkeit für irgendwelche lichtstrahlen die dunkelheit zu erhellen wenn ich nicht mein pikachu mit blitz mit der blitztechnik dabei hätte hätte ich überhaupt nichts sehen können und er wahrscheinlich nach wenigen schritten hinein verloren gewesen okay du musst die blitz machen vielleicht nicht so wahnsinnig hell kann einfach flaschen beauty braucht die glocke und wo kriegt die blöde glocke her das wusste nicht über effekte was für eine freundschaftsglocke oder was krieg ich im laufe der story das problem ist halt dass beauty halt ewigkeiten nichts mehr lernt mehr von alleine kann halt nur dem was beibringen oder das benutzen was halt kann was halt das hat echt mist wissen dass das was schade ist wenn du das pokémon weil du bist schon relativ hochgelevelt und ich will lieber mein schiller quasi weitermachen glückstrahl was du die studie funktioniert immer nur wenn es volle hp haben ich gerade nicht irre ich hoffe ich verpasse es nicht dass ich die blöde glocke krieg aber die meisten sachen erkunde ich ja sehr genau deswegen hoffe ich mal dass es passt ich habe ich mal geguckt bei beauty und da steht zumindest bei knospi hast du auf deutsch da steht entwicklung ach stimmt hier freundschaft da steht auch eine glocke aber wo steht denn hier was franz edition pokémon diamant perl pokémon schwarze alle wie dieses geändert hat entwicklungen bis die jahre und nach tahrer kriegt man aus evoli je nachdem wie die freundschaft ist aha du wechselst mal ne du wechselst nicht doch sagbar du die luftstrahlen daran soll man jetzt wissen weil ich jetzt erst dran dass sich das anhand der glocke weiterentwickelt der 27 sehr schön du könntest auch ein pandoro sein ok ja mal sehen ob ich es von marina leider krieg ich meine die arena macht jetzt sowieso ist halt nur doof dass ich jetzt ein pflanzen pokémon hochtrainiert habe dass ich nicht weiterentwickelt und auch nichts weiter lernt also auch kein rankenheber oder ähnliches lernt sondern nur die attacken die tagt kann das ist halt nervig ich könnte jetzt nur auf knuff hensa wechseln das hat du find flash kann es auch wieder ausmachen ja haben wir sehen ich würde jetzt mal hier durch die höhle zu kommen irgendwann wir wechseln mal hier weil dich will ich eigentlich trainieren ich hab ich ewig nicht mehr trainiert so ein schillöckchen so machen wir den ehre genug gebote ich habe katzenaugen und kann im dunkeln sehen und du hast scheiß pokémon soo blüppstrahl ok direkt tot was für dickspots fuck ich weiß nix von dickspots ich wollte dass man irgendwo schau- äh brüllen kann ach du hast auch wieder sturdies bist du okay wow ist ja richtig viel gemacht mit einem sturdy moment war da gerade irgendwas wo ich buddeln konnte 3600 xp da ist mit den katzen gleichen augen konnte ich nicht konnte ich das nicht kommen sehen achso die da ne stimmt oh teddy usa du warst warst du ein psycho pokémon oder warst du ein dunkelheits pokémon mit normal ich bin erstmal agra knackern hoffe ich töte dich nicht stimmt ich hab total vergessen wieder ja das kommt davon wenn man irgendwie zweimal die woche nur spielt zumindest dieses spiel weil ich dann sonst nicht so weit vorspielen würde wegen youtube ich hab gar keine pokémon mehr ne den superball bist du mir glaub ich nicht wert hier ich beiß mir zu 4800 xp ja ja schaufler genau eisheiler eine wichtige Einnahmequellen in dem game ja gut ich muss sowieso jetzt mal glaub ich zurück weil ich keine purge bälle mehr hab und dann guck ich mal ob ich noch ein paar bull stellen finde in den anderen äh bereichen du gehst noch mein blub strahl ab r cutter luft schneider haben sie bestimmt anders übersetzt im deutschen oder ich kenne die attacke wieder nicht weil ich später angefühle level 28 jawoll wir kommen hier langsam voran ne ach komm was was wieso komm ich nicht mehr raus was denn das für ein bug komm schon lass was ich will nicht wieder alte vier drücken ich will nicht wieder alte vier drücken ich gleich muss mal alte vier drücken 4000 xp so kann ich jetzt hier raus jetzt so jetzt müssen wir hier rein und nicht durch die abkürzung die ich jetzt umgenommen habe so es geht hier die Budelei los und wahrscheinlich wird mein Pikachu ziemlich nutzlos sein wenn hier die ganze Zeit irgendwelche anderen Viecher kommen so da ist ein Dickspot sehr schön hier sind noch ein paar mehr genau Dick Pokéball wow hätte ich mir nicht kaufen müssen das ist Game ist aber zu lag ja gut dann dann ich das halt so so da ist ein Dickspot Super Repel ach das ist der Schutz Moment den benutze ich direkt wo ist es doch doof hier any low level wild pokémon from jumping out at you for 200 steps ist das benutzt? benutzt sehr schön nochmal ein Super Repel alles klar nochmal Dick pp ab ah da an der Mitte genau Dankeschön Dankeschön für den Hinweis Elixier da genau da sind noch mehr Stellen von Bullen Gondi genau so gib mal her Loot 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 Rare Candy kostet nur das Level Dick Pokéball ok Dick auch ein Pokéball Pokéball sind glaube ich die Nieten so ein bisschen Hyper Potion mega nice holy shit kriegt kriegt man ja geilen Scheiß ok hier hab ich noch nicht gebuddelt genau ich war nämlich schon mal und hab zumindest nicht gebuddelt ja wohl nur ein Stein was war das denn für ein Morgensstein oder sowas? Dornstone ein Stein der bestimmte Pokémon Spezies zum zum entwickeln bringt er glänzt wie ein Glittering Eye wie ein wie ein keine Ahnung Metall ich weiß nicht wie ich Glittering übersetzen soll das ist halt so ein besonderes Glänzen wie man halt auch im deutschen Glitter besagt gibt's ein sinnvolles deutsches Wort für Glitter ok das ist ein Fluchtsaal ne das war nur wie das wieder so ein Schutz gewesen noch ein Schutz Funkelstein Funkeln ist glaube ich die sinnvolle Übersetzung für Glitter also für die oh ein Dick da ich würde dich gerne fangen aber ich habe das Gefühl ich werde dich nicht nicht schwach genug treffen können das wird glaube ich gar keinen Effekt haben doch hat's ne hat's nicht und das wird ihn wahrscheinlich töten wenn es nicht daneben gehen würde schade hier hat Dick da gern gefangen so hey wir haben hier einen großen Job zu erledigen ähm hau ab Kindchen oder hau ab Kleiner äh mir egal ich mach dich trotzdem platt bzzt bzzt einfach nur für die xp bei Tränen haben wir xp geben soo 500 xp du kriegst einen äh leckten Donnershopper Donnerblitz meine Fresse tot Dankeschön fürs Geld und für die xp du bist so gut und die xp die items refreshen auch die dort oben liegen ok das wusste ich natürlich nicht Eta ok ich glaube jetzt haben wir es hier äh ich kann nochmal wo ist das ein normaler Repel hier sehr schön denn Pikachu ist glaube ich generell nicht so gut in Verteidigung ne 6 mal Verteidigung aber Speed ist halt fünfundsiebzig heieieieiei ich will gleich mit Sander an ne Speed ist 42 53 52 40 39 Pikachu fünfundsiebzig das hat doch fast nur Speed bekommen von der Evolution da sehe ich ja jetzt erst dass hier 130 steht und bei anderen ist es grad so zweistellig heieieiei also Geschwindigkeit hat Pikachu bei dem sollte ich vielleicht geschwindigkeitsbasierte Attacken mehr benutzen vielleicht ist auch das der Grund warum Paralyse so effektiv ist 132 so chill auch du bist dran Bull 3 1 1 1 Gemeinschaft und eine A delegation blött 1 D 2 Et 2 1 2 Ich hab's nicht gebuddelt. Na, der hat diese Böse. Der hat nervt. Oh, Quatsch. Ich hab Protect gemacht. Ich trage mal. Bam. Fainted. 1.800 XP. Wie viel brauche ich? 10.000. Dick. Super Repel. Superschutz. Und dann, rausgeholt. Es gibt schon mehr Pokémon, wenn man das zu früh wieder macht. Interessant. Aqua Knarre. Super Effective. 2.000 XP. Dankeschön. Wir haben nämlich schon gekämpft. Wir haben hier das Gigabood, der wieder mit Sturdy haben wird. Oh, oder kein Sturdy. Sicher schon. Ist okay. Erik hab ich ja anscheinend auch schon gemacht. Ich hab schon mal gebuddelt. Hab ich nur irgendwie das nochmal gesehen anscheinend. Du du du. Ich kann die Leiter nicht finden. Deswegen kämpfst du jetzt mit mir. Das ist ja mein Grund. Blubstrahl. Ich glaub mein Blubstrahl ist besser. Tada. Ach oh nix. Das ist natürlich schön. Hier Blubstrahl. Ey. Nicht Smackdown. Ja. Nix da. Der hat halt auch Sturdy. Komm. Hier bis. Komm. Find it. Jenny Pokémon. 429. Oh du wirst von jeden Fall ein Ding jetzt kaputt gemacht werden. Was Pikachu. Will run but it fails. Punktgesprung. Waterpulse. Wasserpulse sozusagen. Wir greifen das Team mit einem pulsierenden Wasserstrahl an sozusagen. Das kann der Gegner auch verwirren. 60 und 100 Accuracy. Mal kurz gucken. Ich würde gerne einen normalen Move oder einen anderen Move lassen. 40. 65. Das ist sogar. Richtiger. 100 Accur. Zack. Zack.